hallo liebe fünf freunde hier ist euer vor hieß macht sich mit einem neuen film arena collection unboxing video für euch und ich bekam nun das erste paket von film arena im neuen jahr und hier ist nichts geringes dabei als casino mit joe pesky robber neo und sharon stone und ich liebe diesen film von martin scorsisi ich muss echt sagen ist einfach unglaublichkeit und hier von film in der exklusiven folie edition mit der vierkarte dabei und ja was will man mehr natürlich nicht alles ist hier so ganz rosig muss man dazu mal sagen ja die edition hätte eigentlich am 7 11 erscheinen sollen aber aber was haben wir seit richtig die fünfte sechste siebte jahreszeit nämlich corona ist sie immer noch im vollen gange und auch deswegen gab es auch produktionsprobleme bei der entwicklung bzw herstellung von dieser generation und von daher hat ein bisschen länger gedauert eigentlich wie sie schon erscheinen sollen aber kann man nichts machen ganz ehrlich ich kann man das nicht ganz so dramatisch es gibt andere probleme auf der welt also von daher kann ich auch auf eine film edition auch länger warten so trotz alledem ich habe erhalten und jetzt gucken wir uns mal den zimmer an und muss wirklich sagen schon ein sehr schönes teil das ganze fußlich ist auf 750 stück limitiert und immer meine fest limitierung nummer 229 großes manko haben natürlich hier wir haben hier keine deutsche tonspur auf der 4k und auch nicht auf der blu-ray extrem schade natürlich hat man schon diesen film schon zu hause als ich zumindest schon von daher ist nicht ganz so dramatisch der film geht 178 minuten und wird einfach nicht langweilig ein wirklich ein sehr toller film den ich wirklich echt lieben gelernt habe und er wird immer sagen wir machen einfach mal das folge auf ohne schauen muss man was als es zu bieten hat das schöne teil wir machen mal die folie runter und ich habe geschützt dass vielleicht irgendwie dieser kratzer hier auf dem auf dem fluss ist auch aber es ist nicht auf dem vor auf der folie drauf so wir fangen erst mal an mit den aufkleber und zwar einmal hier die aufkleber von casino film mit der collection 141 und unten das 4k logo und dann legen wir es mal auf seite dann machen wir dann weiter mit der limitierung sind mit der banderole hinten drauf und da haben wir ein paar informationen über den film und auch hier haben wir die information wieder dass man für einen 4k player für eine 4k das auch alles braucht zum abspielen das finde ich hier unternehm ich unter dieser limitierungskarte die mache ich mal kurz ab zumindest zeige ich euch mal ganz kurz was so schön ist und oh cool hier die vorderseite der limitierungskarte ein sehr schönes gestochen scharfes bild natürlich auch hier Joe Pesk in seiner paraderolle hier wirklich unglaublich grenz genialer charakter hier und auch die rückseite auch schön farblich bedruckt wir haben ja auch wirklich schöne satte farben und auch ein sehr scharfes bild und vor allem auch nicht zu dunkel gehalten wie manche andere film arena collections limitierungskarten also hier wirklich sehr schön gemacht und auch die vorderseite auch sehr schön und hier wie gesagt haben wir das ganze bonus material aber leider wie gesagt haben hier unten die texten daten und hier findet dann nirgends wo deutsche tonspur beziehungsweise german stehen sehr sehr schade ist natürlich schon richtig cool gekommen wenn hier die 4k eine deutsche tonspur hätte aber hätte hätte fahrradkette leider nicht ok weiter geht es nun mit dem full slip an sich und ich muss hier wirklich sagen es ist auch ein sehr edles teil hat ein hochglanz effekt dabei mit einer leder optik und casino hier ist auch rausgestanzt das schaut schon mal sehr schön aus ebenfalls die ganzen schauspiel hier oben sind rausgestanzt dann martin scorsisi also schon sehr schön auch einen glanzeffekt hat das schriftzug oben drauf und eben dann ein schönes scharfes bild mit den drei hauptcharakteren Joe Pesky, Robert Nero und natürlich hier auch Sharon Stone die wirklich extrem lecker in diesem film ist und hier unten geht es dann weiter so sieht das ganze full slip an sich aus die fahrt auch ein sehr guter Druck wie ihr seht sehr scharf nichts verwaschen dann hier haben wir auch noch mal richtig groß drauf geschrieben casino auch hier erhaben genau das Universal Logo und das Blue Disc Logo und Ultra HD Logo und auch auf der Rückseite auch hier ein extrem heißes Bild von Sharon Stone und Joe Pesky sehr schön auch hier ein sehr scharfer Druck auch von Hanau sehr schön gemacht und dann auch hier nochmal das Universal Logo oben haben wir noch einen Schriftzug drauf und auf der Unterseite natürlich wie immer die Limitierungsnummer in diesem hologram Optik und dann schauen wir uns mal hier in rein und jetzt ich hatte schon lange Entzug ne ihr wisst was ich meine denn ich muss mal kurz einen richtigen Zug nehmen ah aber die riechen anders so die riechen nicht mehr ganz so Filmarina mäßig wie letztes Mal kann das rumhalten vielleicht ist es dann besser hm nein das riecht anders da also das ist jetzt nicht ganz so der Duft woher ich kenne was ist da anders da Corona habe ich vielleicht Corona mal in der Nase hm ja Spaß beiseite ok wir machen weiter mit den Collector Cards und auch hier ein schönes Motiv mit verschiedenen Szenen aus dem Film Collector Cards und hier nochmal Casino mit den ganzen verschiedenen Schauspielern auch den Schriftzug und Martin Scorsese und hier haben eben wirklich verschiedene Motive aus dem Film für manche etwas überladen mir gefällt es hätten wir mir auch gerne im Bund sein können so sieht das ganze aus und hier haben wir auch das Bein auch nochmal Casino drauf stehen auch auf der Rückseite geht es hier so weiter wenn wir hier aufschlagen dann sieht das ganze jetzt so aus und dann haben wir eben dann die Charakter Cards und die Foto Cards und dann fangen wir an mit den Charakter Karten mal gucken Rückseite haben wir schon mal das Motiv mit den zwei Würfeln leider haben hier finde ich ein bisschen schade dass wir hier wieder keine Beschreibung haben wer das jetzt wieder ist also hier Sharon Stone und vor allem auch dann noch der der Charakter den es jetzt im Film auch ist finde ich ein wenig schade wenn es eine Charakter Karte ist einmal das hier dann haben wir hier auch ein sehr scharfes Bild wow unglaublich geil Robert Nero guckt euch mal dieses Bild an fantastisch die Spiegelung auch in der Brille fantastisch sehr sehr stark auch hier das nächste Bild Sharon Stone auch hier gestochen scharfes Bild wow dann geht es hier weiter mit den nächsten Motiven also von der Bitqualität her kann man wirklich sagen top die Nahaufnahmen vielleicht nicht mehr ganz so schön dann habe ich nochmal Robert Nero dann auch hier ein sehr scharfes Bild nicht nur bei Sharon Stone oder ist nein auch das Bild an sich ist scharf dann hier nochmal dann hier Joe Pesky und das waren schon mal die Charakter Karten also wie gesagt hier mal ein kleiner Minuspunkt würde ich sagen hätte ich cool gefunden wenn hier auch immer die Namen wieder dazustehen wie es eben auch mal hier anderen auch so ist und dann auf der anderen Seite haben wir die Fotocards da haben wir auf der Rückseite diese Motive hier und auch wieder hier von vorne schaut auch wieder sehr schöne Bilder aus auch schönes scharfes Motiv schönes scharfes Motiv dann das hier auch wirklich sehr sehr stark und ich habe jetzt schon Bock diese Firma anzugucken habe ich erst mal kurz angeguckt ich habe ihn im Dezember jetzt gerade angesehen und habe schon voll Lust drauf oder mir auch nur nicht lange her das weiß ich und dann haben wir hier das schöne Motiv auch hier wird extrem viel dabei und dann sind wir beim vorletzten Bild das schaut hier aus wie ein Behind the Scenes Foto wo sie gerade das Skript durchlesen also ihr seht schon wie dünn das Skript hier ist nicht viel auswendig zu lernen die Texte ach Quatsch das kann man doch sogar leicht auswendig lernen die 300.000 Seiten so und das waren schon mal die ganzen Fotocards von Casino also hier muss ich wirklich sagen einige, zumindest viele davon haben hier eine extrem hohe Bildqualität gestochen scharfe Motive auch schöne Sattelfarben also hier gibt es echt fast nichts zu mängeln die Nahaufnahme ist ein bisschen unscharf aber gut, das ist natürlich auch logisch wenn sie recht nah dran sind also hier schon mal von den Collector-Cards schon mal sehr schön und dann geht es mal noch mit dem Steelbook und das Steelbook ist ja das große Manko das gibt es mir auch schon in Deutschland zu kaufen oder gab es oder gibt es noch bei uns im Media-Mail habe ich es mir mal auslegen gesehen und hier haben wir ein exklusives Lendi-Colar-Motiv hier vorne drauf und da muss ich halt auch was aussetzen es tut mir leid, ich muss es aussetzen ist es leider so hier machen wir es mal runter und da haben wir eben dann das Motiv es ist auch wieder eine schöne starke Tiefenwirkung hier haben wir eben Sherwood Stone drauf der gerade den Würfel wegschmeißt ich seht ihr schon die Tiefenwirkung hier kommt es sehr gut rüber aber umso näher man rangeht umso leider unscharfer wird das hier hat auch wenig Flip-Flop-Effekt wie ihr seht der Kopf dreht sich leicht ein bisschen rüber und hier eben dann noch Casino und ja jetzt haben wir dann hier mein kleines Manko das hätten wir sich eigentlich sparen können ja ok es ist halt also Universal Hauptpacks das hätten sie sich echt sparen können das untere, dieser Draufdruck hier Universal aber wahrscheinlich war es natürlich auch so gewollt von Universal zu passieren also das ist ja ein bisschen störend ansonsten ist das Landikula eigentlich ganz in Ordnung würde ich jetzt versauen wie immer sehr stabil wie man es eben kennt von Filmarena und ja wie gesagt das einzige was mich hier ein bisschen stören würde ist halt eben hier das Logo von Universal jetzt geht es noch zum Steelbook weiter hier haben wir eben wie gesagt das Steelbook was es auch in Deutschland zu kaufen gibt ein eher schlichtes Steelbook mit wenig Titelschrift drauf also mit keiner Titelschrift drauf nämlich hier das ganze Steelbook hier so aus ein bisschen schade hätte man ein bisschen mehr draus machen können zumindest nicht so ein bisschen noch Casino oder oben Casino drauf schreiben können aber an sich haben wir hier eben die drei Hauptcharaktere wieder Sheldon kennt man so gut wie fast gar nicht weil es recht im Schatten ist und natürlich hier haben wir noch dann Las Vegas zu sehen auf der Unterseite aber hier sehen wir einfach leider keine Schriftzug von Casino zum Beispiel und dann eben hier eben dann das Bein kann man gut erkennen wenn man gute Augen hat und hier dafür das Rück die Backartwork gefällt mir ganz gut mit den Karten wo eben dann die ganzen Hauptcharaktere auch dann drauf bedruckt sind die Queen das Ass und der Bubel klar ich hab's halt erkennen können und natürlich noch die Pokerchips also von daher ist er schön und wenn wir jetzt hier aufschlagen dann schaut das ganze Steelbook hier so aus von außen ist ein mattes Steelbook keine weiteren Specials dabei wie tiefe Wirkung oder Glanzeffekt sehr sehr schade innen drin haben wir jetzt hier auch jetzt nichts Spektakuläres muss man wirklich sagen hier haben wir einmal hier die Blu-ray Version wie gesagt auch hier leider keine deutsche Tonsprung mit dabei und auch hier noch dann die 4K Disc und auch hier suchen wir leider die deutsche Blu-ray die deutsche Version natürlich auch leider vergebens das Innenartwork ist leider in schwarz-weiß gehalten also auch hier nicht schade ich schön ist auch eher nicht ganz so scharf gedruckt wie die Vorderseite und ja aber wir haben hier noch was anderes noch und zwar wir haben hier noch einen Bierendeckel von Casino und wow der ist jetzt sogar gestanzt also wenn ich hier mal ein kleines Weinglas abstellen möchte für den Film kann ich auch gerne hier benutzen also muss man sagen das schaut schon sehr edel aus also da muss ich sagen das schaut wirklich sehr edel aus haben wir hier einmal gut ein Bierendeckel ob man jetzt ein Bierendeckel braucht zu diesem Film weiß ich jetzt nicht aber ansonsten ist es wirklich sehr schön gemacht und zwar wir haben nämlich hier die Würfel seht ihr das sind reingestanden sogar mit Glanzeffekt also es schaut wirklich sehr sehr schön aus ist auch sehr stabil hat auch eine ja wirkt eigentlich wie eine klebrige Oberfläche damit wirklich gar nichts runterrutschen kann und auch dann dann auf der Vorderseite nochmal hier haben wir dann die Charaktere auch desigend leicht reingestanzt also schau mal das ist eine sehr coole Arbeit hier wie ihr das hier seht das kommt in dem Video nicht ganz so gut rüber aber wir haben hier wirklich eine kleine Reinstanzung von den Charakteren und das ist schon mal sehr sehr schön es fühlt sich auch klebig an ja also wenn man ihn auf dem Tisch legt er bleibt auch er rutscht nicht weg das ist schon mal sehr schön aber natürlich braucht man den BDG zu diesem Film ich weile jetzt nicht aber egal coole Simi ist mir dabei finde ich schon mal sehr schön und ja das waren schon mal die ganzen schönen Sachen jetzt gibt er so das Booklet zu Casino und das sieht hier so aus Collectors Booklet und damit gehen wir mal ganz kurz in die Ego Perspektive und schauen uns mal das Booklet mal voll an bis gleich jetzt sind wir noch ganz fix in der Ego Perspektive und gucken uns mal das Booklet an von der Filmerin der Collection 141 Casino und ihr seht hier schon das extrem scharfe Bild von den ganzen Hauptcharakteren hier Joe Pesky, Robinero und Sharon Stone hier steht drauf geschrieben hier diesen goldenen Effekt von der Schrift zu Casino hier in die Würfel und hier am Spine selbst hier ganz mini klein drauf gedruckt Casino Wahnsinn Rückartwerk auch das sehr schön wo er gerade auf die Würfel drauf buchst auch hier leuchten auch die Ziffern und die Punkte auch sehr gut raus mit dem weißen Hintergrund und jetzt blenden wir mal durch auch hier die Seite wieder sehr stabil gemacht von Filmarena und hier noch die ersten Seiten und hier haben wir auch schön gemacht hier ein bisschen Schriftzug äh, Schriftzug, Entschuldigung ein bisschen Text und auch hier die Seitenangabe hier mit einem Pickus auch das sehr schön auch hier nochmal das Making of Foto wo ihr gerade eben das kleine Skript durchliest und da balance noch also hier großen Respekt davor und hier eben dann ein paar schöne Szenen nochmal aus dem Film und weiter geht es dann hier mit ein Pentagoner Information über den Film auf Englisch leider auch hier auch sehr scharfe Bilder mit dabei das Motiv ist das ja von der Limitierungskarte und hier die nette Sharon Stone ist wirklich sehr schwer zu blättern muss man wirklich sagen Papier ist wirklich sehr stabil viele dieser Fotos kennen wir schon aus den Kollektorkarts auch hier ein sehr heißes Roto von ihr mmmm, lecker Seite 26 dann haben wir hier nochmal Joe Pesky das ist wirklich blöd zu blättern und hier noch die letzte Seite nochmal an und hier noch ein bisschen über die verschiedenen anderen Charaktere hier noch und hier nochmal dann über Martin Scorsese und dann haben wir dann die Rückseite nochmal Las Vegas und damit sind wir auch mit dem Booklet durch von Casino und wir gehen nochmal ganz fix zurück zum Hauptschirm bis gleich Ja liebe Filmfreunde das war dann auch noch das Booklet zu Casino und jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen von der Film Arena Collection 141 von Casino das ist wirklich ein sehr schönes Teil einzige Mangos sind leider das Lendikular Motiv unten das Universal Logo unten drauf das Steam Booklet nicht gerade so besonders schön aber dafür wirklich ein erstklassiges Full Slip schöne satte Farben hatten wir hier auch schöne Charakterkarten und Fotocards also von daher wirklich auch sehr schön gemacht worden und ja leider aber ist das Teil auch schon wieder bei Film Arena direkt ausverkauft am besten mal bei den ähm shit Media Psychos mal vorbeigucken vielleicht bekommen wir noch eins noch ab und ja ansonsten schaut es ein bisschen schwierig aus oder einfach sich nochmal anmelden bei Film Arena wenn es irgendwie geht und ja das war es von mir mit der Film Arena Collection 141 Martin Scorsese Casino und ich habe jetzt echt voll Bock drauf diesen Film nochmal anzugucken denke ich mal wird auch bald wieder passieren das war es von mir und wir sehen uns beim nächsten Video wieder bleibt alle gesund Tschüss mit Ö und Bip 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 Untertitelung des ZDF, 2020